Das war das Männerklo. Hier Folge 271 mit den Streamclips Germany. Let's go. Gehen wir direkt rein. Hallo. Hallo. Willkommen bei Streamclips Germany. Sie wollten schon immer seichte, aber tolle Unterhaltung haben, dann sind Sie hier genau richtig. Folgen Sie jetzt rein und viel Spaß. Okay. Dankeschön. Wer ist denn das schon wieder? Boah, ich renne einfach durch jetzt. Ist ja schlimm. Ja, ist ja dumm. Das war dumm. Also was habe ich denn da für eine Scheiße gemacht, wirklich? Was war das denn? Boah, ich renne einfach durch jetzt. Ist ja schlimm. Woher hinschießt? Wo schießt ihr denn hin? Recoil einfach. Immer dasselbe Shirt, ja. Ich habe nur ein Shirt, Leute. Leute, ich brauche ein Tier 3, damit ich mir andere Shirts kaufen kann, ja? Entschuldigung. Prime wieder hoch. Warum spritzt die Pistole, wenn sie sinkt? Aber war schön. Aber war schön. Ich glaube, das soll so Memory sein. Ich bin nicht auf diese Idee gekommen. Du könntest vielleicht einmal den groben anheben. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich dieses Shirt habe. Mindestens fünf oder sechs Mal. Ich kann den groben anheben. Ich kann den nicht anheben. Ich kann den nicht anheben. Oder? Du hast... LOL, doch, das... Okay. Leute, was denkst du? Also für die Nicht-Mains in Farming Simulator, was ist gerade passiert? Ich verstehe den Clip nicht. Du könntest vielleicht einmal den groben anheben. Gewicht senken, Helfer einstellen. Ich kann den nicht anheben. Oder? Du hast... LOL, doch, das... Du hast keinen Zugang zu diesem Land, okay? Ja, man kann ihn anheben und dann... Okay. Guys, what do you think? Da-da! Ich denke hier nicht um. Ja, aber es ist schlimm. Also ganz ehrlich, ich würde es erschießen. Ich würde... Ich würde... Ich würde darauf schießen. Wesentlich schneller. Ich verstehe. Es ist schon grau. Es hat auch diesen Filter drüber. Aber das hat niemals Salshading. Das ist auf jeden Fall... Zelda Wind Waker. Das ist unten rechts. Aber ist das wirklich Salshading? Ja. Ey, wenn du das auf dieses Salshading... Okay, okay, okay. Ich sag Wind Waker. Okay. Ja, safe. Ja? Ja? Wuuuuh! Alter! Das bin du weg! Ja? Hä? Okay. Ich will das auch spielen. Ich will das danach direkt spielen. Ich hätte 2015 gewettet. Die erreichen eher das Spielteil. Ich werde noch härter durch. Ich kann... Du bist wieder nackt. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, ich weiß, mein Körper ist unausstehlich. Unausstehlich, ja. Du hast ne und Nova. Okay. Ja, du hast ne und Nova als Milstein. Ich war grad so verwirrt, ne? Ich hab grad kurz vergessen, dass es Zwillinge sind. Verständlich. Ich dachte, sie reagiert grad auf sie selber. ich gehe vielleicht doch einen anderen weg ich ich hasse mein leben so als eine arbeiten würde ich weiß auch nicht was kaspar schmau sei jetzt kommt das hoch jetzt kommt und jetzt schnell runter das ist nicht die reaktion die man in der kürze liegt die würze doch ich mag es lang und dick und bist du ist der kaffee noch heiß war mache ich das darauf auf meine hand ich idiot okay also auch das ist nicht euer ernst alter was alter was ich jetzt einen meter vor der tankstelle ja schieben oder wir wechseln so macht man auch nicht dreimal als man als man machst du das machst du immer nur mit dem deo von dem kollegen von dem ist geliehen ich bin da wo ich bin ich bin da wo ich bin ich bin da wo ich bin du hast sie getötet und dafür dürfen all die leute vor unseren toren weiterleben du bist ein held für die meisten doch für mich bist du der mörder meiner wiki haufe deo anwendung der mörder meiner großen liebe ja oder so du kannst ihn nicht in ruhe lassen und warum rollt sich mein mittelfinger zusammen hä wieso fahren wir aber die bots nicht ein cyborg fährt glaube ich auch nicht oder oh mein gott oh mein gott was geht hier ab das passiert ihr das ist traurig darf ich jetzt ballern nein töten wir sie ok ja das ist falsche cam oder was falsche cam falsche cam falsche cam wer hat denn die kamera gewechselt du scheiße die kamera gewechselt ich dachte gerade hä ja nun zum glück war da niemand nackt das ist angemeldet werden sein muss und wenn das nicht gemeldet ist dann muss müssen jetzt auflösen ist ja klar da ist was aufgelöst ja ich glaube ich müsste das richtig eingestellt haben dann gehen wir rein dann seht ihr was ich sehe nope am ungewohntesten ist natürlich so nicht dass ich halt den kettchen ha ist doch voll chaos einfach da seht ihr was ist hier eine ewigkeit später ich bin ich war so traurig wir mussten doch unsere maße abgeben an lena bevor wir das shooting gemacht haben nicht wahr ja und sandra hatte meine maße genommen und auf einmal fängt sie anzulachen dreht sich weg und hört nicht mehr auf zu lachen ich so was ist denn los so okay ist irgendwie meine hose runtergefallen irgendwas an mir nein sie hat mir meine maße gezeigt ich bin oberkörper mäßig ein ich bin ein kasten das ist meine brust ist wie mein bauch ist wie meine hüfte ist wie alles ist alles ein und dieselbe zahl du bist aber ein zauberwürfel du bist aber ein zauberwürfel süß nein ich hab keinen schwarzen bildschirm hm komisch vielleicht mal ein grafikkartenabtreiber genau ja abtreiber der gute grafikkartenabtreiber ja das hab ich noch nie erlebt also das ist das ist das ist endlevel von von paketboten ich stell doch nicht an um dann zu sagen morgen es ist 7.55 und ich habe dein paket heute nicht dabei hä das hab ich noch nie erlebt ja vor allem das hatte ich beim essen letztens äh wir sind gamescom essen gegangen Lisa brunz michael hatte da einiges organisiert für 40 leute oder so ich hab ewig auf mein essen gewartet und der typ kommt bis so an mit udonudeln ich hatte mit hoher food bestellt ne aber das udo die udonudeln die er gebracht hat waren mit hähnchen und dann geht er so und ich seh so udonudeln und der hat mich so voll fixiert ne geht so auf mich zu und auf einmal so ne geht so weiter das ist ja schon dreimal mir so vorbeigegangen ich sag ich krieg jetzt endlich mein essen alle haben schon fast aufgegessen und ich warte immer noch ne so geht einfach drecks auch wir suchen nach models für unsere neue thrombose strumpf serie omas stelzen wir bieten auch schnabeltassen und windeln an stark nehm ich diese dürfen gerne im stream getestet und vorgeführt werden wir folgen man muss schon für die zukunft vorausplanen also ich würde das annehmen dieses placement weil in keine ahnung 60 jahren in der zukunft wenn wir dann alle auf der lahm party sind dann beliefer ich euch alle damit ja wenn wir uns auf die zusammenarbeit ja ich hab's euch nicht gesagt wuschis wir haben einen neuen partner hier im stream und zwar thrombose strumpf 24 smart gaming omas und opas die zukunft wieso bist du denn jetzt wieder rausgekommen was ist hier mit dir los mit sie feini hä was bist du denn schon kamerageiles viech ist das dein ernst nä hast du schon gesehen naja dankeschön glaub schon aber egal dankeschön oah da drin ist sie noch wo oh mein gau wir halten gleich mal machst du tot oh mein gawd machst du tot wo ist sie wo ist sie die hat mir voll in die back gestochen ist sie eine wespe jetzt oder was klasse Sexy ist echt. Es ist widerlich. Also ich komme aus dem Saarland, ich liebe das Saarland, aber... Und wenn ich jetzt die ganze Zeit so mit dir redet, findest du das geil? Sexy? Das ist furchtbar. Das T-Shirt drin. Nein. Nein. Nein, es ist nicht. Es ist nicht. Ja, aber ich hab die Spiegel auch zu Hause liegen lassen. Ich musste mal ganz kurz Händewaschen gehen. Ja, dann nimm mal. Aber nicht hier ist Männer, Nadine. Ja, nein, nein. Auf die Kamera, nein! Ja, okay. Händewaschen ist der Halbsebild. Nadine, ey. Oh nein, da kommen sogar Männer rein. Also es wurde seit Jahren nicht vom Lasten gestochen oder so, ne? Ich geh nur Händewaschen. Ich hab nur noch nie gesehen, hab geguckt, ob sie richtig sind. Der Mann dann direkt so, oh, Frauenbesuch. So, ich geh nur Händewaschen. Ja, ist ja nichts dabei. Ey! Morgen! Ich hab ja auch meine Sünden. Und ich sag euch, Shisha kannst du sehr gut auch mit VRSD und Maus rauchen. Du musst das Ding nur zwischen deine Beine klemmen. Warte, das hört sich auch falsch an. Und es sieht dann auch falsch aus. Was? Aber ist egal, es funktioniert nicht. Okay. Okay. Hier ist das. Da sind wir runterkommen. Da. Nee. Da, da. Ah, hier geht's auch. Wohin? Ich bin draußen. Du bist irgendwie verschwunden grad vor mir. Ja, ich bin draußen. Auf den Sack zu gehen. Also, ich hör gerade auf alle Fälle was fahren. Äh, ich muss erstmal die Fahrschule wiederholen. Ich wäre gerade fast zu uns runter. Nee, komm, jetzt kommt er wieder hoch. Hä? Was? Hä? Hä? Geil. Hab ich ja noch nie gesehen. Kann das mal bitte jemand klippen? Was war das denn? Was ist deine Lippen und warum du das mal machst? Mein Vater fährt seit 20 Jahren jedes Mal ein Mercedes. Und er wird sich sehr, sehr darüber freuen. Dann ist dein Vater reich genug, um dir das Modell zu kaufen. Savage. Warum hast du das genau was? Adam Savage. Warum machst du das angenommen? Keine Ahnung, Digga. Weil ich nett sein wollte. Wollt ihr ein Kondom haben? Wollt ihr ein Kondom haben? Ja. Kannste haben. Brauche ich nicht. Ich spiele Battle Royale. So will ich. Bestes Verhütungsmittel. Mach dir nichts draus. Ich habe auch kein Hallo bekommen. Hä? Wir sind direkt ins Gespräch. Nein. Jetzt habe ich es doch gemacht. Okay, Leute. Ich muss das mal ganz kurz sauber machen. Jetzt habe ich es schon wieder umgeschmissen. Ich hasse alles, ne? Mach doch einfach den Deckel zu. Oh. Hier gibt es ein Bällebad. Auf, auf Schwanzjagd. Okay. Ich habe jetzt nicht wirklich gerade Monster Energy über meine Schulter geguckt. Ja. Ja. Nee, oder? Ja, du bist auch so ein Lieber, ey. Nee, oder? Gitten alle was denn anders will, ja. Ey, der Ruter. Nee, nee, der Ruter. Der ist nur dein T-Shirt. Doch, der Ruter. Der Ruter. Der Ruter. Okay. Okay. Ich möchte euch kurz anmerken, dass gerade, ähm, war journalistische Arbeit, ja. Äh, ich habe gerade einen Moment der Zeitgeschichte festgehalten. Aha. Okay, wirklich. I can't. I can't. Es ist viel witziger als Silence zu hören. War das gerade mein Handy? Test es mal. Treffen ist ein Warnsignal. Das... Warte, warte, warte. War das... War das gerade... Ich bin verwirrt. Hat gerade mein Handy vibriert? Oder war das so ein, so ein Zensursound? Wau. Wuiho. Mimimi. Es ist viel witziger als Silence zu hören. Test es mal. Okay, ich habe gerade... Oh, das... Ich dachte gerade wirklich mein... Das wäre so ein Zensursound gewesen. Es war mein Handy tatsächlich. Okay. Äh, auch stark. Dann gucken alle erst mal das Handy. Treffen ist ein Warnsignal. Das... Wenn ihr mein Buch nicht kauft, dann bin ich heute Nacht unter eurem Tisch. Unter eurem Bett. Ich meine eurem Bett. Ich... Okay! Ich will euch nur darauf hinweisen. Diese Mühle. Nicht, dass ihr auch reinfällt, weil... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Ich bin in der Mühle! Hilfe! 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 Waaaah! 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 Nein! Oh nein! Hilfe! Hilfe! So, dann können wir umlagern. Ist dumm aber geil. Auf drei kommen wir noch. Auf drei. Eins, zwei, drei. Okay. Ja. Und... Stabil. Mhm. Okay, bye! Ich schwör dir, in dieser Redaktion arbeiten... Ja. Ist der geilste Job der Welt. Schatz, was ist passiert? Steffi Graf, von Schlägern zum Krüppel gemacht. Von Schlägern zum Krüppel gemacht? Na, ich würde jetzt tippen, dass sie eigentlich zusammengeschlagen wurden. Ja. Ja. Aber das hätte ich gehört. Was hat sie für einen Sport betrieben? Ah lol! Ja, die war ja Tennisspielerin. Ja, ihr Knie und ihre Hüfte sind kaputt vom Tennisspielen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja richtig smart! Das ist krass, oder? Okay. Richtig smart! Alter! Okay! Tito! Ja? Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab einfach Gronkh über... Ich hab einfach Gronkh überm Bett hängen. Ja, lässt sich gut schlafen. Jetzt kann ich in Frieden schlafen. Na, fühlst du dich immer noch so mächtig auf deiner Position? Jupp. Jupp. Byeiii! Der musste ganz schnell los. Oh Gott, dafür wär ich bestimmt zu dumm. Ja! Also nicht ja bist du, sondern... Ja. Ja, ich auch. Erik, ja, daran dachte ich auch gerade. Das war also nur ne... Das war nur ne... Ja, das war nur ne Feststellung. War gar keine Frage. Nein, das ist wirklich... Oh, dieser Kackvogel, wirklich. Ich mag den nicht. Ja! Nackt ist es! Ey, scheiß doch auf jede Uniform! Isu! Diese Rüstung taugt mir nicht! Ich muss nackt kämpfen! Isu! So wie Gott mich zu! Breach es! Das QN Leitmotiv steht für die Qualität, die Jinja dazu gebracht hat. Oh, das QN Leitmotiv steht für Qualität, die ich dazu gebracht. Mmh. Ja. Oh. Ja. Jum, 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 Jum. Ich entführe dich. Nein! Jum, 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 Jum. Acht! Mhm. Aber Alf ist auch dabei. Das finde ich Montagmorgens vor der Arbeit, um mich zu motivieren. Ich auch. Nase! Oh nein! Nein! Oh nein! Okay, stabil! Gute Überleitung! Ich hebe ab! Nichts hält mich am Boden! Alles blass und grau! Bin so lange nicht geflogen! Stark! Stark! Stark, Nase! Aber Ranger, du bist doch gar nicht dick! Ich kann es sogar beweisen! Dicke sind lustig! Pfff! 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 Ja! Danke! Pfff! Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht! Pfff! Ist doch unfehl! Shift und Tab drücken! Warte! Gleichzeitig! Über 50.000 Menschen in Deutschland können immer noch keine richtige Steam-Einladung verschicken! Schreib dich nicht an! Was ist ein Shift und Tab? Was ist ein Shift und Tab? Vor allem linkes Shift, nicht rechtes! Left Shift! Entschuldigung, dass Marcel im Pissen steht! Warte! Du im Stehen bist! Ah! Ah ja! Marcel! Dass du im Stehen bist! Erklärung bitte! Statement! Warte! 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 Ich glaube, ich habe den Faden verloren, Nebi! Du hast den Faden verloren? Das ist nicht gut! Vor allem, wenn du deine Tage hast! Pff! Als Kind habe ich so gerne Würmer gesammelt! Ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr so vorstellen! Weil ich jetzt mittlerweile halt so Angst habe vor so Insekten und so einem Scheiß! Aber Baby Remade damals ohne kein bisschen Furcht oder so von diesen Viechers! Ich habe einfach alle in meine Hand gepackt und dann immer... Ich hatte dann immer halt so einen Ort, wo ich alle hingetan habe draußen! Und ähm... ja! Rette dich! Okay! Halt durch! Ist doch normaler als Kind, oder? Ich habe immer Heuschrecken gefangen! Würmer waren mir ein bisschen so... Mäh! Stabby! Nein! Das ist jetzt nicht... Das müsst ihr klippen! Wieso ist Crime Scene Simulator ein Basketball Simulator? Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Ich werde... Verurteilt mich jetzt nicht für das, was ich tue! Okay! Oh! 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 Ich komme nicht zurück an! Die Lurchhose sollte in den Merch mit aufgenommen werden! Würde ich... Würde ich kaufen! Finde ich sehr stark! So ein Lurch in der Hose! Ich komme nicht zurück an! Gutes Lurch-Placement! Ja! Stabil! Oder du kannst versuchen... Drückst du schon? Ja, ja! Wir drücken beide! Ja! Ich... Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, Matteo! Du verarschst mich! Du drückst mich! Nee! Ich kann doch nicht mehr jetzt! Matteo, da habe ich noch eine deutlich bessere Technik! Seine Hand ist so... Oh Gott! Eingeknickt! Oh! 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 Die Hand... Die Hand war gerade am Tisch! Das ist illegal! Okay, jetzt wieder weg! Am Knie! Okay, das... das ist okay! Oha! Oha! Ja, ist schon over! Ja! Stabil! Jetzt will ich! Viel Spaß bei mir! Dieser arme 48-jährige Mann! Das war's jetzt! Was soll denn jetzt noch werden? Achso! Jetzt ist es vorbei! In Videospiele bist du gut, aber in real life nicht! Was? Äh, wo... was? Jetzt ist es vorbei! In Videospiele bist du gut, aber in real life nicht! Im was? In Videospiele bist du gut, aber in real life nicht! Ah! Ich mache mein Bett immer frei, ich ziehe meine Bettdecke gerade und dann mache ich mir so Häufchen aufs Bett! Ich meine nicht, dass es Milchbaum war, das war genuine! Ich weiß, sie sehen sich eh nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Shenyan ist! Weil sie wird, äh... Astor? Astator? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ähm, ne? Astor? Ich hieß er in Rustalot. Astator? Astor? Ich hab keine Ahnung! In Videospiele bist du gut, aber in real life nicht! Ich mache mein Bett immer frei, ich ziehe meine Bettdecke gerade und dann mache ich mir so Häufchen aufs Bett. Okay, das klingt falsch, Klamottenhafen aufs Bett. Oh mein Gott, Alter! Was zum... Guck mal was! War ein guter... War ein guter Snapshot auf jeden Fall, ja. Alter Scheiße! Alter! Alter! Funzeltv sagt mir auch was. Alter! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ich hab die getrüppeltelt! Wääh! 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 Okay, das ist geil! Das ist geil! Ich will auch ein paar Sauers aufnehmen für, äh, für die Zensur! Okay, ähm, also, vielen lieben Dank! Das war Folge 271 von Stringclips Germany. Das war das Männerklo. Ja, da kann man schon mal Hände waschen. Also, man kennt es ja, ne? Frauentoilette komplett überfüllt, dann gehen wir einfach mal bei den Männern rein und, äh, wäscht sich dort die Hände. Stabil! Okay, also, vielen lieben Dank! Das war wieder, äh, diese Woche der React. Jeden Mittwoch und Donnerstag, beziehungsweise ab dem Mittwoch reagiere ich immer. Schaut aber gerne mal auf Twitch vorbei. Und ansonsten, bis sehen wir uns dann nächste Woche. Und, äh, ich schau mal auch die Kommentare durch. Also, rein da, liken abonnieren, ihr wisst Bescheid. Bis dann. Danke!